Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gesetze interessieren ihn nicht. Ihn interessiert nur Gerechtigkeit. Er weiß, was ich getan habe. Du kannst mich nicht beschützen. Niemand kann das. Du denkst, ich bin ein Held? Ich bin kein Held. Und genau das sollte dir Angst machen. Denn ich habe nichts zu verlieren. Vergesst nicht. Ihr wolltet es so. Noch mehr? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.